Du mein nicht weh! Du mein nicht weh! Ja! So! Ja, wurscht. Was ist denn das da unten? Ach, Moment mal. Ich hab ja was vergessen. Ich wollte da noch so ein anderes Ding holen, ne? Ach, nur irgendeine Zeichnung. Ja, gut, egal. Hier. Irgendwo waren wir... Und zwar hier. Da wollte ich ja auch noch hin, bevor ich zur Brücke gehe. Eines von diesen Dingern kaputt machen. Naja, egal. Bin ich denn jetzt hier überhaupt noch richtig? So, muss ich eigentlich hier... Wie Batman aufs Klu geht, ja. Das ist prima. Wenn wir engten... ...wiss... Das ist das Signal. Sieht aus, als sei der Electrocutioner im Royal Hotel. Aber wenn das Schiebluft, dann wird der Lady! Ja! Hallo! W-w-w-wat? Ich, äh... Ich verstehe manchmal... Verstand siegt immer über Ruhe, Gewalt, mein Freund. Immer! Enigma. Ja. Hallo. Ich bin der Enigma. Ich mag dich nicht. Äh... Ich hab... Ich mag auch manchmal Aktionen... ...spielen nicht. ...aus, als sei der Electrocutioner im Royal Hotel. Also, Aktionen... Die Aktion, die ich jetzt gerade echt nicht mochte, war... ...dass er da direkt nach oben draufgegangen ist, an sich... ...dass sich an die Kante zu hängen. So schön. Mal gucken, wie er das jetzt mal... Er geht direkt nach oben, ja. Toll. Warum? Was ist das denn für ein Bullshit? Da sehen mich diese scheiß... ...Spagguss sofort. Kann ich das benutzen, Tim? Ach, ich muss den Bereich sich entfick dich. Kam doch eben... ...ein... ...Laserstrahl an. Ah ja. Ah ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. So ist das. Hm. Ach. Ist gut. Ich muss den Bereich sichern? Ja, da unten kommt keiner hin, ne? Du, 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 du... Wollte ich noch weiter? Ich würde ja echt gern... Was... Was ist hier eigentlich... Ist so ein Funkturm? Ja, ich würde den irgendwie gerne machen, tatsächlich. Mach doch nicht alles so ein Blödsinn. Kannst du nicht... Kannst du nicht einfach mal hier so an ne Kante hängen und, äh... Brav sein? Wenn das nicht mal eine unerwartete Wendung ist... Batman gibt auf. Oh. Ich benötige eine nichtbeschäftigte Einheit für ein Schicksal. Ja, warum? Warum gleich ganz runter? Ja, Verbrechen im Gange. Das ist schön für dich. Ich... Ich hab hier jetzt gerade andere Sorgen. Hä? Oh. Hier sind die auch noch Leute. Einer wird weniger. Mach dich fertig! Mann. Ich denke da immer... Da kommt jetzt gleich der Angriff und dann kommt der nicht. Hm. Ja. Genau. Das ist nun das letzte Mal, dass wir miteinander reden. Ganz ehrlich, ich bin froh. Dein selbstgerechtes Getue geht mir auf die Nerven. Das ist wohl das Ding, was ich hätte säubern müssen. Ist das... Kann das sein? Nein, ich muss den Bereich sichern. Ja. Cool. Dann eben... weiterhin hier oben. Rumpisch. Ah, weg hier. Mach doch mal die entdeckte Tiefsicht aus. Wieso... Wieso duckst du dich nicht einfach? Wieso duckst du dich nicht einfach? Mann, dieses... Mann, dieses... Das ist ja dieses Ducken... Da steht schon ducken und dann drücke ich diese Ducken-Taste und will das Ausschalten machen. Und er will das Verrecken nicht ducken. Ich raff das da. Oftmals einfach nicht. Darf ich? Oh, ich darf. Funktioniert das jetzt auch? Es sieht nicht so aus, als ob es funktioniert. Na ja, ist gut. Darf ich raus aus dem Ding? Gut, das funktioniert also nicht. Warte mal. Ist das hier der... Ach, wo ist der Funkturm? Ähm, ja ne, aber ich muss doch am Funkturm dann was machen können eigentlich. Hier muss doch irgendwas machbar sein. Was haben wir hier? Hm. Wer war es an diesem Funkturm schon mal? Kommt bei der Stelle bekannt vor. Jetzt ist hier dieses Teil... Da war, glaube ich, auch irgendwas zum Einsammeln. Das habe ich schon geholt. Ich will diesen verdammten Funkturm hier... Ich will das haben jetzt. Kommt nochmal. Warte mal. Irgendwie was mit dem Unterbrecher werde ich wohl auch nicht machen können, oder? Wo ist denn dieser Unterbrecher eigentlich? Unterbrecher. Funktioniert hier irgendwo irgendwas? Ja, da. Zack. Da unten. Ah, warte mal. Hä, wie komme ich denn da rauf? Irgendwas muss doch da gehen. Das ist vielleicht... Irgendwo... Warte mal. Ich habe doch hier auch noch andere Gegenstände. Wer lang gerade? Gibt es hier vielleicht irgendwas? Hm. Sieht nicht so ganz danach aus. Ich war hier aber tatsächlich dann schon mal, ne? Und ich muss da unten dann irgendwie reinkommen können. Kann ich irgendwie... vielleicht... vielleicht... Hallo? Hoch da! Wo ist denn hier bitteschön so ein blöder Sniper schon wieder? Oben nicht. Wo hat denn da ein Sniper auf mich gezielt? Der da. Ah ja. Ja, toll. Machst du gut. Warte mal. Kann ich das Ding hier... Wenn ich diese Finsterputzer-Plattform hier benutzen könnte... Kann mithilfe der Schock-Handschuhe überladen werden? Ich weiß nicht, ob das mir was bringt, dieses Wissen. Boah, ich meine aber auch dieses da reinkleiden, dass das gar nicht so schwierig war. Aber offensichtlich funktioniert das so nicht, was ich da vorhabe. So ein kleiner Schritt und da lässt es sich gleich komplett fallen. Naja, was ist das? Ja, das ist das hier. Du hältst mal die Backen, ja? Es funktioniert wenigstens mal, dieses Boden ausschalten. Was haben wir denn hier für eines? Das war ja einfach... Noch mehr Snippers hier irgendwo in der Gegend. Hm. Ich hole mir jetzt erst mal das Ding hier. Uhu. Zack. Haben wir eins kaputt. So. Ich muss rausfinden, was hier los ist. Hm. Okay. Die Fledermaus. Die mag... Irgendwie... ...auf diesen Balkon da kommen. So, was haben wir denn hier? Ein eingeschlossenes Datenpaket. Das ist wieder hier so ein... ...Generator. Mit dem wir nichts anfangen können. Ich schätze mal, den brauchen wir dann da vielleicht. Ähm. Oh, irgendwas... Irgendjemand schießt auf mich. Quält mich natürlich. Gar nicht. Ansonsten, ja. Gehen wir mal hier lang. Wenn ich hier nicht noch weiter hoch. Oh, hier ist ein paar kaputte Autos. Gelange in das Gotham City Royal Hotel. Sieht nicht gerade freudig aus. Cool. Das ist jetzt wohl also hier. Ich hätte es mal, ich muss da unten rein. Aber... Ja. Wenn wir schon mal gerade hier unterwegs sind. Können wir uns vielleicht mal noch ein bisschen umgucken. Ja. Das wird hier auf jeden Fall nichts. Hä? Okay. Ja. Coole Sache. Ich weiß ja nicht. Aber... Aber... Hey, was weiß... Lass ich mich mal ins Wasser fahren. Dann komme ich doch auf jeden Fall... Was macht der denn da für komische... Spackereien hier? Ach, guck mal. Jetzt auf einmal... Bin ich tatsächlich jetzt gerade auf einmal genau in diesem... Zaun... Auf diesem Zaun, wo ich eigentlich drauf wollte. Und da wollte er vorhin einfach nichts mal ansatzweise hin. Ah, Mann. Ui. Ja, ich wollte einfach nur mal gucken. Eigentlich. Gut. Das sind... Einige Leute. Ich habe da was anderes noch. Okay. Anarkis Markierung. Vielleicht ist das für ein Wohlwürfen Anarki zur Kommunikation mit seinen Anhänger genutzt. Wie jetzt aufhört. Ja, ja. Was kann ich da machen mit eigentlich? Oh, was? Jetzt... What? Ich habe auf der Akademie gepokst. Oh, Mann. Ich war jetzt bei sieben bereit, ne? Ey. Die verschwinden durch die Wand? Und die kommen durch die Wand? Okay. Ich, äh... Ich bin... Ich bin weg. Ich bin weg. Wie er meint, durch die Wand schlüpfen zu müssen. Das spiele ich nicht mit. Und dich werde ich mich später noch... Will wohl jemand... Oh, okay. Geh, du bist ein Sau. Nicht zu nah ran. Ah. Schade. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht noch schlagen. Nein. Er musste unbedingt gekontert werden. So. Jetzt kann ich mir dieses... Anarki... Ding da drüben nochmal genauer angucken. So. Das ist nur zu sehen mit der Direktivsicht. Aber irgendwas muss man doch damit machen können. Hier, Explosivgel draufsprühen und kaputt machen. Ui. Nein. Mhm. Naja, whatever. Lassen wir das. Gehen wir weiter. Heute willst du ja irgendwie eh nicht. Willst du nicht mit Batman. Batman mag mich heute nicht. Immerhin wird jetzt gerade gespeichert. Out of Service. Mhm. Ah, eine Tiefgarage. Irgendwelche schönen Sachen. Zwölf Gegner. Ja. Ja. Juhu. Er ist hier drin. Und das SWAT erledigt seine Drecksarbeit. Gordon und die Medien fernzuhalten. Von was auch immer hier vor sich geht. Merk, friend. Nicht, dass er nicht mit Black Mask arbeitet? Er wird's schon rausfinden, wenn ich den Joker einborde. Oh, sind's denn jetzt nur noch 10? Jawohl. Nice. Was haben wir hier Schönes? Ich glaube, nichts, womit wir arbeiten könnten. Drüben ist ne... Dings. Kann ich irgendwas da drüben... Ja, Batman geht da nicht durch. Das ist... Kacke. Oh, hallo. Ihr habt mich entdeckt. Ja. Coole Sache. Wie wär's, wenn wir... Den da mal... Kleid treten? Hm? Hä? Hey, ich muss diesen Typen mit der Waffe unbedingt mal kurz hauen. Bevor er auf mich schießt. Oh, schade. Irgendwie hat er es nicht so ganz klappen wollen. Du bist wohl lebensmütig. Hallo? Ah, nein. ein Prachtrügel ist... Ah, was? Was? Nein! Oh! Ich war jetzt gerade so auf den Typen fixiert, dass ich den mit der Waffe aus... Oh! 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 Oh!